Weißt du, was ich jetzt schon sagen muss? Sammy redet so, als würde er bewusst wissen, dass die Jungs, die vor ihm sitzen, dumm sind. Und er redet langsam und so, dass es jeder im Raum auch wirklich versteht. Wie Mert mit Edith. Wir haben auch in der Twitch-Szene so einen, der ein bisschen Prozente ist. Der redet immer, Edith, my brain. Es gibt einen Klassensprecher von euch.